hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video von uns wir sind auch wieder da und haben längere zeit auf youtube eine pause gemacht ich erzähle euch mal was bei uns passiert ist in den letzten wochen und ja was ich hier so bei uns alles getan hat genau kommt am besten einfach mal mit wir haben hier auf unserer terrasse einiges eingepflanzt und auch was gebaut schon mal vorgebaut das zeige ich euch in einem unserer nächsten videos und hier seht ihr unseren bären da vorne steht er direkt vor der haustür da tut sich aber in den nächsten wochen auch noch was denn ja wir werden den bären verkaufen aber auch dazu gibt es noch mal ein extra video ich habe mir gedacht ich nehme euch jetzt einfach mal mit die sonne scheint so schön das wetter ist toll das ist richtig schöner sommer gerade in deutschland und ich nehme euch einfach mal mit und zeigt euch wo wir hier wohnen und was hier so abgeht und erzählt euch nebenbei was eigentlich so passiert ist in den letzten acht wochen in der richtung hat sich nichts getan das war nicht unser kind wir haben einfach nur besuch zu hause und freuen uns jedes mal so sehr empfangen sehr viel besuch haben auch die letzten wochen sehr viel besuch empfangen und es ist einfach so schön ja wieder freunde die man jetzt die letzten jahre nicht so oft gesehen hat dass man die wieder regelmäßig sieht und ich glaube die kommen jetzt auch alle richtig gerne bei uns vorbei weil wir haben was richtig alles ich zeige euch dass man der küche bevor es los geht bevor ich gleich raus so wenn die ist auch noch da gibt es unseren gästen pizza mit ok aber das teil von dem ich gerade gesprochen habe deswegen ich glaube dass die gäste noch viel lieber zu uns kommen als in der vergangenheit ist dieses heiße gerät macht richtig guten cappuccino das ist eine lama so comica und sowas haben wir schon richtig lange gewünscht und sind richtig froh dass wir die haben so langsam sind wir auch hier mit der küche fertig also noch nicht ganz noch nicht 100 prozentig aber die bar steht schon mal heute haben wir noch zwei barhocker abgeholt und meli kuschelt da schön im hintergrund ja alles alles an dieser stelle alles wie immer ein bisschen geordnetes chaos genau und jetzt kommt immer ein bisschen mehr ordnung rein und jetzt gehen wir aber mal raus wenn die sonne scheint so schön und ich wollte es euch draußen noch mal zeigen du brauchst keine angst haben muss hat angst und zwar vor diesen freundlichen herrschaften hier servus und zwar kommt das daher weil wir einmal in spanien an kühen mit einem elektrostrom zaun vorbeigelaufen sind und sie war so neugierig dass sie ein bisschen zu nahe an den zaun gekommen ist dann hat sie eine gelangt bekommen und seitdem verbindet sie immer diesen elektroschock mit kühen was jetzt auch nicht so verkehrt ist dann geht sie da halt wenigstens nicht mehr hin was mir ganz recht ist weil kühe können ja auch ein bisschen schwer sein und ist gut wenn die zwei ein bisschen abstand halten aber ansonsten können wir hier komplett frei mit nusser laufen außer wir sind im wald drinnen dann nehme ich sie lieber an die leine einfach um da die wildtiere ein bisschen besser zu schützen hier gibt es richtig gute frische brombeeren decken uns immer jeden morgen ein beim spazieren gehen richtig lecker ja und keine fünf minuten von unserem haus entfernt ist dieser wundervolle see oder auch teich ja mutter sehen allein sind wir hier jeden tag kaum leute die hier spazieren gehen ich frage mich wieso aber mir ist das recht also haben wir ein bisschen ruhe und genießen das ankommen total ich finde das richtig schön dass wir hier nicht so mitten im trubel sind sondern wir so 15 minuten bis in die nächste stadt fahren und uns da quasi dann so richtig die action holen in der stadt die wir brauchen und am morgen oder am abend sind wir dann gerne einfach hier und haben quasi wie vanlife früher aber halt mit viel mehr platz es ist total schön hier und zum beispiel wenn ich das hier sehe das erinnert mich immer so ein bisschen an dschungel weiß nicht ob ihr das nachvollziehen könnt aber hier geht es halt hier ist halt immer richtig kühl teilweise feucht und dann geht es halt bis hier ganz nach oben kann man gucken ich finde das ist einfach der absolute hammer und wir freuen uns so sehr an den kleinen dingen die wir haben es macht einfach so viel spaß gerade das leben ist einfach einfach alles alles richtig alles an seinem richtigen ort und wenn man von hier noch mal auf den see guckt auch richtig schön wir wollen ja noch ein bisschen weiter und zwar ganz hoch da wo die sonne noch scheint auf den berg also packen wir es jetzt mal ach so für nusser ist das übrigens auch sehr sehr schön man merkt richtig wie wohl sie sich fühlt sie schläft länger und öfter sie ist viel entspannter als noch zu zeiten im van und es tut ihr so gut hier regelmäßig ihre gassi runden zu gehen sie weiß schon welcher hund auf sie zukommt sie kennt die hunde und hat schon richtig viele hunde freunde hier also es tut uns allen dreien sehr gut eine basis zu haben komm wir gehen hier lang komm du wilde wurst hab hey wie lustig gerade habe ich ja nicht gedacht so jetzt eben noch meinen besten freundin bald getroffen sagt er ich muss das ist kein schaffe was ich hier macht sagte handwerker verstehe nichts von digitaler arbeit naja aber dafür versteht er was das ist auch etwas was ich hier sehr sehr mag dass man hier überall immer wieder leute trifft schon schön sich so mit freunden dann einfach kurz auf den schnack zu treffen und ein bisschen zu quatschen und sich dann für ein paar tage zu verabreden weil wir wohnen alle hier in der nähe und für uns war es auch mal eine option zu sagen okay wir verkaufen alles und sind nur mit zwei backpacks gestartet bevor wir im van gelebt haben und auch dann die wir im van gelebt haben haben wir geguckt ob es uns woanders besser gefällt aber ich muss sagen es gibt viele schöne ecken auf dieser welt aber nirgendwo haben wir uns langfristig so wohl gefühlt wie hier jetzt sind wir hier in meiner lieblingsbank angekommen doch gerade hier saß gerade noch jemand mit mir der daniel richtig netter kerl habe ich gerade kennengelernt und auch ganz in der nähe seit sieben jahren jetzt seit vier monaten wir haben uns aber noch gar nicht getroffen ist ein richtig cooles gespräch ja also auch unterwegs immer leute kennengelernt nette leute kennengelernt und jetzt in der heimat natürlich auch ich wollte euch auf jeden fall gleich zum ende des videos aber diese krasse aussicht hier zeigen da starte ich gleich noch mal die drohne und zeigt euch das wunderschön ich hoffe es kommt auch genauso rüber aber wahrscheinlich nicht trotzdem zeige ich sie euch gleich und jetzt was ist eigentlich passiert seit dem letzten video eine kurze zusammenfassung also wir haben viel an der wohnung gemacht haben die kamera mal richtig beiseite gelegt um uns halt einfach aufs renovieren aus machen und tun zu konzentrieren es war richtig notwendig weil wir sind ein gutes stück vorangekommen deswegen haben wir auch längere zeit jetzt keine videos gemacht dann waren wir auf einer hochzeit in der toskana eingeladen da durfte ich ja das video drehen für die hochzeit und ich zeige euch jetzt mal zwei das war auf jeden fall richtig schön es hat mir wieder richtig spaß gemacht zu filmen und ich habe halt einfach gemerkt dass ich die kamera dauerhaft einfach nicht beiseite legen kann weil es einfach in mir drin ist so sachen schön zu filmen und auch anderen leuten eine freude zu machen die braut hat sich auch sehr gefreut der bräutigam auch über das video und zwar eine sehr sehr schöne erfahrung die wir gemacht haben die Ich bin auch aufgegangen, ne? Ja. Ja, echt. Ja, dann sind da noch ein paar andere Sachen passiert, wie zum Beispiel, dass Melli jetzt einen Angestelltenjob hat in der Gastronomie, zwei Tage die Woche und ich eben auch. Und das ist auch richtig cool, weil es macht uns so viel Spaß und wir sitzen halt jetzt nicht nur von den Laptops, sondern wir kommen auch mal raus regelmäßig und arbeiten regelmäßig zwei Tage in der Woche. Das setzt wie so ein Rahmen und das tut mir persönlich sehr gut gerade zu wissen, okay, ich habe hier zwei Tage in der Woche, da muss ich, sagen wir mal, von 12 bis 10 Uhr arbeiten und in den anderen Tagen kann ich mich um so Sachen kümmern wie YouTube-Video, wie Van renovieren, der jetzt demnächst bald verkauft wird und so ganz viele andere Sachen. Und das finde ich ganz gut, weil vorher fiel mir das manchmal so ein bisschen schwer. Ich habe mir immer To-Do-Listen gemacht, aber mir fiel das ein bisschen schwer, mich so ein bisschen dran zu halten, weil ja so viel Zeit war. Und jetzt gibt es halt wirklich so zwei Tage in der Woche, die geblockt sind. Dadurch kommt natürlich auch Geld für die Miete rein und für unsere täglichen Ausgaben und alles, was jetzt so über YouTube und Instagram generiert wird, das können wir uns dann schön zur Seite legen, nämlich für unseren Traum, von dem wir euch damals schon erzählt haben, nämlich für ein mobiles Kaffee. Und da wird jetzt einfach ein bisschen Geld angehäuft, damit wir uns das jetzt irgendwann mal im Herbst realisieren können. Und dann geht es an den Ausbau. Da nehmen wir euch dann natürlich auch mit. Und eine letzte Sache noch. Ich habe beschlossen, nochmal einen neuen Kanal zu starten, auf dem es nur um Kaffee geht. Und da wäre jetzt einfach mal von euch interessant zu wissen, wer von euch dabei wäre, weil ich würde das ganz gerne trennen, damit es hier so ein bisschen Alltag und Reise bleibt. Und auf dem anderen Kanal, dass es dann halt rein um richtig viel Kaffee Wissen geht. Ja, schaut euch mal Nussi hier an. Guck mal Nussi. Ja, du bist kaputt jetzt, gell? Musst du mal nach Hause. Die hat nämlich richtig viel gegraben und bevor wir jetzt nach Hause gehen, gibt es für euch noch einmal diese wunderschöne Aussicht hier. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, ganz spontan und ohne Plan einfach mal mit euch zu reden. Ich wünsche euch eine gute Zeit und ab jetzt hört ihr uns auch wieder regelmäßiger. Macht's gut. Bis bald. Ciao. Ciao. Ciao.